Der Umgang mit den aktuellen Bedrohungen und Angriffen gegen das AfD-Führungsduo Alice Weidel-Tino Chrupalla zeigt einmal mehr, Deutschland ist am Ende. Das längst völlig totalitäre, politmediale Systemestablishment schürt den Hass gegen die Opposition in einer Weise, die zu Gewaltattacken geradezu anspornt. Und es distanziert sich nicht einmal mehr pro forma von dieser Gewalt, sondern übergießt die Opfer mit Häme und weiterem Hass. Die Entwicklung mag für viele schockierend sein, überraschend kommt sie jedoch nicht. Ein deutlicher Fingerzeig war der Prozess gegen die linksextreme Hammerbande, der Ende Mai zwar mit Schuldsprüchen zu Ende ging, jedoch mit umfassbaren Erklärungen des Richters in seiner Urteilsbegründung. Rechtsextremisten entgegenzutreten sei ein achtenswertes Motiv, äußerte der Richter wortwörtlich, ehe er die verurteilten Linksextremisten rund um Lina E. auch noch auf freien Fuß setzte. Er betonte weiters, dass seiner Meinung nach die größte Gefahr von rechts ausgehe. Lediglich das gewählte Mittel stoße ihm auf, denn das Gewaltmonopol liege beim Staat. Wenn also der Staat selbst den angeblichen Rechtsextremisten den Schädel eingeschlagen hätte, wäre es in Ordnung gewesen, scheint die richterliche Botschaft zu sein. Justizielle Körperstrafen wie Auspeitschungen und Stockhiebe wurden in Deutschland übrigens 1871 gänzlich abgeschafft, in vielen Landesteilen bereits wesentlich früher. Der Richter dürfte also ein reichlich antiquiertes Rechtsverständnis haben.